Petri als gegen Nachfolger. Tillich zog damit die Konsequenzen aus dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl. Die Entscheidung kommt spät und überraschend. Sachsens Ministerpräsident Stanisler Tillich, CDU, hat drei Wochen nach der Bundestagswahl seinen Rücktritt erklärt. Hintergrund ist das schlechte Abschneiden seiner Partei. Bei der Bundestagswahl am 24. September war die Aft mit 27,0% in Sachsen stärkste politische Kraft geworden. Sie hatte dabei auch die seit der Wiedervereinigung 1990 regierende CDU knapp überholt. Die Aft fuhr damit in Sachsen ihr bundesweit bestes Landesergebnis ein. Der Freistaat gilt als Hochbrück der Rechtspopulisten, in der Landeshauptstadt Dresden hat sich auch die Islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung gegründet. Tillich sagte, für eine gute Zukunft Sachsens seien auch neue Antworten wichtig. Es braucht den Mut, gewohnte Bahnen zu verlassen. Deshalb habe er sich entschlossen, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben. Beim Parteitag im Dezember will er auch nicht mehr für das Amt des CDU-Landesvorsitzenden kandidieren. Sein Landtagsmandat aber will er behalten. Tillich war neun Jahre Regierungschef in Sachsen, seit 2014 regiert die CDU in einer großen Koalition mit der SPD. Sein Wunsch nach Volga Kretschmer hatte bei der Bundestagswahl sein Direktmandat in Görlitz an den Malermeister Tino Krupalla von der Aft verloren, nach 15 Jahren im Parlament sitzt er künftig nicht mehr im Bundestag. Tillich betonte, das Präsidium der Sächsischen Union hat sich einstimmig und mit großer Unterstützung hinter meinen Vorschlag gestellt. Kretschmer sei Sachse mit Herz und Verstand, der jung und doch erfahren ist. Tillich äußerte die Erwartung, dass nicht nur die CDU-Fraktion, sondern auch der Koalitionspartner SPD Kretschmer zum neuen Regierungschef wählt. Die Bundes-CDU würdigte den Einsatz Tillichs für die Partei und dessen Heimatland. Tillich habe sich in den verschiedensten Funktionen um den Freistaat verdient gemacht und war immer ein starker Vertreter der Interessen seiner Heimat in der Bundespartei, erklärte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Danke Stanisler Tillich für den Einsatz. Er hat sich um Sachsen verdient gemacht und war ein starker Vertreter der Interessen seiner Heimat. Die ehemalige AfD-Käfin Frauke Petry glaubt, dass die Chancen für ihre blaue Partei durch den geplanten Wechsel an der Spitze der sächsischen Landesregierung steigen. Ein extrem schwacher Ministerpräsident versucht gerade, einen schwachen Wahlkreisverlierer als Nachfolger zu intronisieren. Damit tut er der CDU, vor allem aber Sachsen, keinen Gefallen, sagte Petry, die auch im Landtag sitzt. Die Lücke für eine wahrhaft konservative Kraft werde durch diesen Schritt größer. Sachsens CDU wurde von Tillichs Entscheidung völlig überrascht. Wir waren natürlich alle erst mal geschockt und sprachlos, erklärte CDU-Fraktionschef Frank Kupfer. Tillich habe aber Größe gezeigt und Verantwortung übernommen, für das Ergebnis der CDU in Sachsen. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, CDU, der seinen Wahlkreis im sächsischen Meißen hat, zollte Tillich Respekt. Aus seiner Sicht wäre der Schritt nicht nötig gewesen. Es hätte auch einen Weg gegeben mit einer großen Kabinettsumbildung unter seiner Führung, einen neuen Anfang zu machen. Er hat anders entschieden. Diese Entscheidung verdient allergrößten Respekt. Der theringische CDU-Chef Mike Mohring sagte, Stanisler Tillich hat großen Anteil, dass Sachsen insgesamt erfolgreich dasteht. Dafür gebührt ihm Dank. Dem widerspricht nicht, dass in einigen Bereichen eine Neuausrichtung der Landespolitik erforderlich ist. Tillich benennt dies selbst und ermöglicht, dass eine Neuausrichtung auch mit neuen Gesichtern verknüpft werden kann. Das zeugt vom Format dieses scheidenden CDU-Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden. Seit Tagen war im Freistaat über eine größere Regierungsumbildung spekuliert worden. Ende September war bereits Kultusministerin Brunnhildkort, CDU, zurückgetreten. Sie hatte private Gründe angegeben. Nach der Wahl hatte Tillich eine schärfere Asyl- und Einwanderungspolitik gefordert und von seiner Partei verlangt, die Lücken nach rechts zu schließen. Die sächsischen Landräte hatten von ihm darüber hinaus weitere Konsequenzen gefordert.